Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Franzen hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Whisky. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber ich hab schon einen, Dirk. Pass mal auf. Karotten können die Sehkraft stärken. Frag mal, und Whisky? Und Whisky? Der kann sich sogar verdoppeln. Ja, also, ich find den richtig gut. Jo. Aber ich hab auch noch einen. Ich hab ja am Freitag mit einer Whisky-Diät angefangen. Frag mal, und, wie viel hast du schon verloren? Und, wie viel hast du schon verloren? Drei Tage. Ja, 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 ja. Also, nicht Gewicht, sondern, äh... Schon klar. Ja. Richtig gut. Ja. Oder wir machen einen Allgemeinen zum Thema Alkohol. Ich kenne meine Alkoholgrenze. Sie liegt bei 1,2 Promille. Also, die untere. Ach, damit geht's erst los. Richtig. Hochschicken? Ja, muss auch reichen für heute. Schluss mit lustig. Genau. Pendlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.